Handyspiele und Nachtäulen Interna der Handballer Vor dem wichtigen Spiel gegen Spanien zeigen sich die deutschen Handballer von einer anderen Seite. Nämlich ganz privat. Im Video verraten sie für Heinefette und Co. Viele bisher unbekannte Internas. Wer hängt die meiste Zeit am Handy? Wer ist abends am längsten wach? Und wer vergisst immer irgendetwas? Im t-online.de Video steht das Team der deutschen Handball-Nationalmannschaft Rede und Antwort und verrät viele Geheimnisse aus dem Team-Hotel. Bei der Frage nach der größten Nachteule bei der Handball-Emeritiert sind sich die Nationalspieler einig, Heine, Heine, Heine. Gemeint ist Torhüter Silvio Heinefette. Heine spielt gerne Karten oder ist an der Dartscheibe sehr aktiv, sagt sein Teamkollege Kai Häfner. Erfahren Sie im Video weitere Geheimnisse der DHB-Stars.